Töte ich es. Errungstach freigeschaltet. Errungstach freigeschaltet. Wenn es böse ist, töten sie es. Boah, wie das leckt. Jetzt werden wir alle vernichtet. Yes! Geil, Atomraketen. Ha 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 ha. Er kann Hodokken. Er kann Hodokken. Ha 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 ha. Genau, hätte jemanden, der so ein Hodokken reinhauen soll. Hey Gex, hey Dave, grüß dich. Hey, das ist ja geil. Einfach chillig, hinsetzen und schauen, wie es der ganzen... Er, der, der lebt eine Krieg für die Liebe von seinen Freunden, wird ihn verletzt. Ich lege meine Krieg, die meine Familie und Freunde. Er schlussendet. Er schlussendet mein Haus. Die Metro. Wir hatten einen. Aber zu diesem Tag, ich wundere. Wenn wir die dunklen Menschen aus dem Gesicht der Erde verletzen, wurde auch etwas verloren. Ehe? Ich halte mich auch nicht. Ich will nicht ihn verletzen, aber ich hätte mich langsam verloren. Es ist ja! Aber Ich hab ihn auch verloren. Ich hab ihn auch verloren. ja nichts getan. Nein, vorhin hat es mich ein paar Mal umgebracht. Vorhin hat es mich immer mit seinem Come Over hierher gezogen. Der eine Blaue hat gedacht, du seist anders als andere Menschen und dir geholfen. Ja, richtig so. Oder er merkt, dass es brennt. Gags braucht keine Waffen. Er hat den E-Button. Machst du jetzt das gute Ende? Was, das war schon oder was? Das kann man ja eigentlich in ein paar Minuten durchzocken, wenn man es weiß. Nur ich habe halt 20 Stunden gebraucht, weil ich euch hatte, indem ich abgelenkt habe. Ich verstehe nicht mit dem guten und bösen Ende. Das ist doch okay so. Die ganzen Monster haben auch unsere fucking Erde angegriffen und haben mich fast getötet. Tausend Millionen Mal. Und dann müssen sie doch dann hier vernichtet werden. Clone Wars Nick, grüß dich. Schön, dass du da bist. Gags, das gute Ende ist, wenn du nicht schießt. Wenn ich eine Waffe in die Hand bekomme, was soll ich sonst so mitmachen? Hinlegen und sagen? Nee, danke. Ich brauche nur Eye-Stones. In so Last Night hast du dann erfahren, dass die Schwarzen wichtig sind. Du meinst Last Night? Ja. Was war jetzt der Sinn des Spiels? Das Outro zu sehen. Gags, einige haben nicht nur fast getötet. Wir nehmen aus. Der Sinn ist Freundschaft und Liebe und das ist wichtig. Ja, genau. Und wie wichtig sie ist, ihrzeit. Also, wenn, äh, spannend. Kann ich jetzt nochmal laden, das gute Ende sehen? Oder wie? Kann ich beide Enden sehen? Oder muss ich nochmal ganz von Anfang an? Also ich meine, die, wie sie die Schwarzen nennen, sind das nicht die gleichen Viecher, die mich immer angegriffen, töten wollten, zerfleischt haben, zerfetzt haben, zerstückelt, fast schon aufgegessen. Und jetzt soll ich sie nicht töten? Gags, der eine Schatten hat dir ständig geholfen und die Menschen, äh, Faschisten und so weiter haben gegen dich gekämpft. Es gibt überall Böse und Gute. Aber, die Viecher, die Viecher haben mich ja, auch getötet. Nur wenn's, nur wenn's ein Viech gibt, was mir geholfen hat, mich haben die ganze Zeit welche Viecher gekillt. Ich war erspannend, ich helfe gern. Na jetzt auf die, auf die Abo 3, wieso denn? Im Titel steht, Dave, im Titel steht, Metro Redux, Metro Last Night Redux, und dann vielleicht Diablo. Und das war erst Metro 2033. Ne, das waren Mutanten, die Schwarzen haben dir geholfen. Ah, es gibt zwei Rassen, oder was? Es gibt einmal die Schwarze, einmal Mutanten. Aber jetzt lesen wir es jetzt mal durch hier, ähm, Brian Skidmore, Malik Aas, den müssen wir nicht pausen machen, das sind wir schon, was wir alles mitspielen. Jonathan Gill, äh, Tee, Ryan Arnold, Steve Nelson, Omar Flores, Colin Thompson, und so weiter hier. Ich weiß gar nicht, ob das nicht hier geflaggt, oder nicht zu lang ist, Lars hier, dass ich dann wieder Ärger kriege von YouTube, weil hier so ein Lied gelaufen ist nebenbei. Aber, das hatte keinen Anfluss, das, ähm, was geht bei dir, Gags und WG? Ja, habe ich gelesen, habe ich gelesen, musst du nur schnell wegen des Spiele antworten. Jo, passt, soweit, so gut, ich habe mich heute gequält, das Stream zu laufen zu bringen, habe erst deswegen 2015 angefangen, aber, hey, mein erster Erfolg, ich habe die Schwarzen vernichtet. Schau, doch super hier. Und bei dir? Gags, wie ich dir schon, glaube ich, dreimal erklärt habe, du hast Last, 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 Light, meinst du vorher schon gezockt? Also, du bist im, bist mit Metro 20, 34 noch, Verstehe ich nicht, alle meine Gags und auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfen das Wasser, Spenzen, also bis mit, es heißt Last, verstehe ich jetzt nicht hier, mein Freund, ich habe Metro 20, 33 Redux gestartet und kann jetzt nochmal Metro Last, Light Redux starten. Ich verstehe nicht, warum du sagst, ich habe das schon durch, ich habe doch nur das erste gezockt, das Last Light ist ja das zweite. Ich habe Metro 20, 34 Last, Light nicht gezockt. Das war ein Lied von Gags. Wie nervös, der ist echt, ihr macht mich fertig. Also, chronologisch, chronologisch ist es ja 20, 33 und Last Light und wieso sagst du mir, ich habe Last Light schon vorher gezockt? Ich habe noch nie das Last Night gestartet, hier. Lass mich schon irgendwie auf den Arm nehmen. Hier. Metro Redux, 16 Stunden, Last Night noch gar nicht gespielt. Wenn du mal sagst, Last Night, dann sage ich auch mal Last Night. Teil 1, Teil 2, Teil 1 gespielt, 16 Stunden, Teil 2 noch gar nicht. Es gibt nur zwei Teile, beide durch Redux, ist nur ein Graphic Update. Ja, aber, ich habe nur das gespielt, 20, 33. Ich höre auf, ich hoffe mich, also nochmal, nochmal zur Übersicht, weil, Dave, ich habe nie Last Light gespielt, ich habe nur Metro gespielt und es gibt die Waffen und die ganze Optik und die ganzen Schmarrn von Last Light, haben sie in Metro 2033 und Dux übernommen. Ich drehe durch mit euch. Und jetzt habe ich 2033 durchgespielt und jetzt kommt dann Last Light erst. Und vielleicht sah das für dich aus wie Last Light, aber es war nicht Last Light. Hey, Redo, mein Freund, how you doing? Welcome. Ich drehe durch mit euch. Ich drehe durch mit euch. So, jetzt möchten wir das gute Ende sehen. Wieso sollte ich denn zuerst Teil 2 spielen und dann Teil 1? 2034? Ja, Dave sagt die ganze Zeit 2034. Da steht aber überall, da steht aber überall Last Light. Wie geht denn Last Light weiter? Ist das gute oder das schlechte Ende? Ich habe mich heute mit meinem Ex-Konfirmand getroffen und wir haben einen Filmgip mit Pizza gegessen. Voll geil gewesen. Hey, super, Pizza. Wenn du Pizza im Film schaust, ist es egal, mit wem du dich triffst. Das ist eigentlich immer gut. I'm doing well, Gags. I'm doing well, Gags. You? Yeah, I think I'm fine. Yeah, I'm fine now. Today I had a couple, yeah, let's call it technical issues with my Capture Card, but I think now it works. Yes, it works. Obviously. Stream is running. It works, yeah. Die vorherigen Teile hat Keks auch nicht gespielt. Mir fehlen die Teile 2014 bis 2032 fehlt mir. What about your money? 1234 war eigentlich Teileverlass, daher passt schon. Gags, leider haben wir, ich denke, das schlechte Ende haben die übernommen. Ach, das schlechte Ende haben die übernommen. Da habe ich es doch richtig gespielt. Gags, wo ist die Kinderregel? Hier sind die. Hier sind die. Also ist doch super, dann passt es doch. Nein, hier fehlt der. Es gibt noch 2000 Teile davor. Das finde ich so geil am Stream, ey. Hier, drücke E zu nur springen. E, 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 E. Oh, Mann. Das finde ich es geile am Livestream. Ihr könnt richtig mit mir interagieren. Also sie haben das schlechte Ende übernommen, Spanntricks. Also habe ich es eigentlich richtig durchgespielt, so wie die es vorgesehen haben. Oh, Mann. Ihr macht es mir fertig hier. Ihr macht es mir fertig. Ich versuche hier. Oh, jetzt gibt es Freeze. So viel dazu. Ja, jetzt ist das Spiel da, wo es die letzten Tage waren. Äh, Tage war. Einfach nur Freeze. Ne, ich spiele es nicht nochmal. Es gibt zwei Enden, Mini. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt zwei Enden. Und ich wollte euch das zweite Ende zeigen oder mir es selbst anschauen. Aber jetzt geht das Spiel da weiter, wo es gestern aufgehört hat. Es freest die ganze Zeit beim Laden. Ich versuche es mal zu beenden hier mit Steuern und Altentfären. Tja, komplett nochmal. Man kann es vergessen hier. Man kann es vergessen. Prozess beenden. Prozess beenden. Es ist die Pizza hier oder was war das gestern? Ne, das ist nicht. Das ist was anderes hier. Ähm, na. Also, das normal nochmal. Sagte wieder abgesicherten Modus. Ja, dann sieht es erstmal kein Bild, weil ich die Auflösung wieder ändern muss, hört es aber Ton. Ne, Gags, ne. Im ersten Teil waren es zwei Enden vorgesehen und programmiert waren aber vielleicht schon gelassen wurde. Nein, Mann, dann hast du den liest. Okay. Wir haben den Schwergewicht geguckt. Okay. Aha, was musst du da Aha, was musst du da machen? Was musst du da machst du denn alter Knacker da hingehen? Also, der Rote da. Ich muss jetzt die Auflösung des Spiels wieder auf Full HD stellen. Dann könnt ihr gleich auch was sehen. Hey, Rato. Ja, I beat the game, man. I'm done. But now I try to fix it again because the game crashed. But we have two different final scenes so now I try to show you guys the second End. Awesome. Ah, du Scheiße. Again Surrender. Surrender. Kecks, wie viele Frauen hast du schon, wenn die Holyfab nicht schon drei Euro spenden? Ich glaube, für drei Euro kann ich mir jetzt keine einzige leisten. Ein Euro pro Frau. Aber aber Spantrix, du hast gesagt, es ist rot und rot ist böse. Vorhin hat mich rot immer getötet. Jetzt ist es rot und soll es gut sein?